Beim Begriff Marketing denken viele erstmal an Kundenakquise. In der Episode 3, 5, 4 habe ich das auf Mitarbeitergewinnung ausgeweitet. Marketing ist eins der essentiellen Tools, die jedes Unternehmen heutzutage beherrschen muss. Und für KMUs, für Leute, die in dem Bereich Content Marketing, was geht so, noch nicht so ganz so erfahren sind, für die habe ich uns heute einen richtig coolen, super professionellen Interviewpartner eingeladen, mit dem wir mal besprechen, wie lässt sich mit realistischem Aufwand ein richtig gutes Marketing aufstellen, um gute Kunden, aber auch um gute Mitarbeiter zu bekommen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Und die Tore zum Leadership Stars Membership schließen sich diese Woche. Im April, am 23. April geht es in Budapest los. Wer jetzt nicht dabei ist, hat es jetzt oft genug gehört. Und heute gibt es ein Interview. Ein Interview, was auf der 354 oder die 354 so ein bisschen verlängert. Das war die Episode, wo ich behauptet habe, dass außer Innovation und Marketing alles andere nur noch Kosten sind. Und jetzt ist das Dasein eines Einzelselbstständigen im 21. Jahrhundert besteht im Wesentlichen aus Online-Marketing. Vor allen Dingen, wenn sie ihr Geschäft mit einem Podcast anfangen. Deswegen ist ganz viel, wovon ich jetzt so von meinen Klienten zum Teil, also völliges Unverständnis ernte, für mich komplett selbstverständlich. Und ich bin nur ein erfahrener Online-Marketing-Anwender. Viele haben den Begriff Online-Marketing schon irgendwie gehört und verbinden damit diese Nervwerbung, die einem, nachdem man was gekauft hat, immer wieder zeigt, dass es überall im ganzen Internet zeigt, dass man zu viel bezahlt hat. Jaja, das ist schon Online-Marketing. Das ist aber nicht, worum es geht. Und das ist vor allem nicht wirksam, das Online-Marketing. Das machen die nur, weil es technisch geht und billig ist und weil keiner den Beweis führen kann, dass es wertlos ist. Dann gibt es sogenanntes Content-Marketing. Der Begriff ist, also mir ist er das erste Mal so vor fünf bis sieben, nee, vor zehn Jahren mittlerweile so über den Weg gelaufen. Den Podcast gibt es seit sieben Jahren, also seit gut sieben Jahren bin ich an dieser Ecke dran. Und seitdem weiß ich auch, dass ein Podcast Content-Marketing ist. Jawohl. Und da ist jetzt ganz viel schon an Erfahrung zusammengekommen. Und eben aufgrund dessen, weil das hier bei mir irgendwie so tägliche Anwendung ist, laufe ich dann öfter mal aufgrund. Weil überraschenderweise weiß nicht jeder da draußen das, was ich auch weiß. Und wenn ich dann mit meinen Executive-Coachees spreche und wir dann so über Marketing sprechen, dann laufen wir öfter mal in die immer gleichen Pfeilen rein. Nämlich, es gibt überhaupt kein sauberes Verständnis dafür, was wirksames Marketing im 21. Jahrhundert ist, also so ab 2020 plus. Was geht und was wie funktioniert und vor allem auch was was kostet. Viele sind ja immer noch der Meinung, dass, wie gesagt, Marketing, also Online-Marketing ist eben so dieses Zeug, was irgendwie so auf, man muss tonnenweise Geld zu Facebook rüber tun, was einem auch in sehr, sehr, sehr teuren und dafür nicht unbedingt guten Mentorings von größten deutschen Verkaufstrainern immer wieder erzählt wird, du musst tonnenweise Geld zu Facebook tragen. Und sagen, ja, 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 das funktioniert vielleicht manchmal, aber eben auch nicht immer. Sondern es gibt einfach ganz, ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, um wirkliches Marketing zu machen. Und die wertvollste Art von Marketing heutzutage ist Content-Marketing. So, wer den Bereich komplett sauber im Griff hat, der kann jetzt auch in der Episode einen weiter nach vorne oder nach hinten springen. Wer sagt zum Thema Content-Marketing, hätte ich ganz gerne nochmal so ein bisschen eine Rundum-Besolung. Für den habe ich uns den Stefan Heinrich eingeladen. Stefan Heinrich, wer ihn noch nicht kennt, das Buch Content-Marketing, so finden die besten Kunden zu ihm. Ist eine ganz gute Referenz, um ins Thema einzusteigen. Er selber lange im Business, ich kenne seinen Namen so seit drei Jahren. Und zwar immer so gepaart mit seriöser Professionalität. Der war immer so jemand, oh, wenn ich mal groß bin, rede ich mit dem auch mal. Und dann habe ich einen Kontakt zu ihm bekommen. Und deswegen haben wir jetzt mal ein Interview gemacht und wir sprechen einmal darüber, was ist Content-Marketing? Warum funktioniert was an Marketing? Wir machen ein paar Marketing-Grundlagen, ein paar Basics. Und wir geben auch eine Lösung, oder er beschreibt eine Lösung, die gangbar ist, die sie, wenn sie sagen, ich habe das Prinzip verstanden. Und das ist jetzt etwas, wo ich dringend auch anfangen muss. Also wie man in so einen Marketing-Prozess rangeht. Und damit würde ich sagen, geht es denn auch schon los. Ganz herzlich willkommen, Stefan Heinrich. Danke. Stefan, cool, dass du die Zeit hast, hier für uns oder mit uns mal ein bisschen über den Bereich, diesen viel berühmt-berüchtigten Bereich Content-Marketing zu sprechen. Und zwar nicht aus der Brille, hör mal, ich erkläre dir per Content-Marketing, wie du Content-Marketing machen musst. Hier ist mein Online-Kurs, sondern heute machen wir mal Substanz. Ich hatte im Intro bereits dein Buch beschrieben. Die Links sind natürlich im Episodenfeier, Content-Marketing, so finden die besten Kunden zu Ihnen. Lass uns doch mal drüber sprechen für so ein KMU. Was ist eine geschickte Content-Marketing-Strategie? Was sind geschickte Elemente? Und wir nehmen mal so als Ziel das, was heute aktuell leer denn je ist, Recruiting. Und jetzt erstmal so deine Idee ist, bringst du überhaupt Recruiting und Content-Marketing zusammen? Ist das überhaupt ein sinnvoller Approach? Ja. Und bevor ich da jetzt ins Detail einsteige, vielleicht nochmal einen Satz, warum ich denke, dass wir gar nicht mehr über Content-Marketing reden müssen, sondern einfach nur über modernes Marketing. Oh ja. Also es ist ja so, dass zu meiner Jugend, ich bin Baujahr 64, fuhr der Kartoffelmann durch die Straßen von Giersing in München, wo ich aufgewachsen bin und hat geklingelt. Hat gerufen, Kartoffel, Kartoffel. Und dann kamen die Leute, der hat sich irgendwo hingestellt, dann kamen die Leute raus, haben Kartoffeln gekauft, bis keiner mehr kommen wollte und dann ist er weitergefahren. Ungefähr so machen die meisten mittelständischen Unternehmen heute noch Marketing. Das heißt, die stellen sich an irgendeine Ecke und brüllen, was sie haben und dann sollen Leute kommen, die das kaufen sollen. Das ist in unseren Zeiten aber überhaupt nicht mehr sinnvoll, weil es nicht mehr darauf ankommt, zu erzählen, was man hat, sondern es kommt darauf an, Leute zu interessieren, die man ansprechen möchte. Ja, und der Gedanke, egal ob es jetzt um Recruiting, um Schmiermittel oder um Maschinen geht, ist, sich zu überlegen, wen will ich denn ansprechen? Also jeder, der jetzt gerade so im Hinterkopf denkt, ja eigentlich alle, der kann nur sagen, ah, vergiss es. Marketing für eigentlich alle kann nicht funktionieren. Geht nicht. Ich muss mir überlegen, wen will ich ansprechen? Nehmen wir mal das Beispiel Recruiting. Angenommen, ich bin ein mittelständisches Unternehmen, das jetzt nicht gerade am Puls der Zeit am Frankfurter Flughafen oder Hamburger Innenstadt unterwegs ist, sondern vielleicht mal ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Arsch der Welt, aber von dort aus gut zu sehen. Gut zu sehen. So, jetzt möchte ich Leute da hinbringen. Was könnte ich jetzt überlegen? Ich könnte überlegen, wie kriege ich beispielsweise Ingenieure, wenn das die Zielgruppe ist? Also, wie finde ich Ingenieure, die gerade dabei sind, eine Familie zu gründen oder gegründet haben und keine Lust mehr haben auf Stadtwohnungen, wie kriege ich die dazu für einen ähnlichen Betrag, vielleicht sogar günstiger, auf dem Land ein tolles Leben für Familie und Kinder aufzubauen? So, jetzt plötzlich wird es interessant. Natürlich sucht der einen Job vordergründig, aber in Wirklichkeit möchte er ein schöneres Leben. Also, das heißt, eigentlich müsste ich mir überlegen, wie kann ich denn jetzt eine Content-Strecke starten mit der Überschrift, schöneres Leben für junge Familien auf dem Land. Jetzt mal so in die Tüte gesprochen, ohne dass es jetzt schon mal überprüft ist, ob das genau so funktioniert. Aber der Gedanke ist jetzt eben, nicht mehr drüber zu labern, was habe ich hier gerade offen, sondern der Gedanke ist, wen möchte ich denn interessieren und worüber muss ich dann sprechen, damit diese Person interessiert ist? Da müssen wir nochmal ran, weil das ist jetzt schon ganz viel Gold dabei gewesen. Der letzte Satz für alle nochmal aufschreiben. Es interessiert keinen, was sie tun. Es ist nur wichtig, welches Problem sie für mich lösen oder welches Bedürfnis sie mir erfüllen. Und Stefan hat jetzt gerade so im Nebensatz, also da merkst du den Marketing-Profi, im Nebensatz was hingelegt, wofür manche wahrscheinlich wochenendenlang drüber nachdenken brauchen, nämlich die Antwort, die Frage beantwortet, was ist denn das, was meine Mitarbeiter überhaupt wollen, wenn wir im Recruiting-Bereich bleiben. Im Verkaufsbereich, ich kann nicht verkaufen, was ich haben will, was ich habe, sondern ich kann nur verkaufen, was der Kunde haben will. Jetzt bist du so sehr nonchalant, also aus meiner Sicht, auf so ein Schachmatt-Kriterium für fast alle großen Firmen gekommen, nämlich, die Leute suchen nicht einen Job, was sie alle behaupten. In die Falle bin ich auch gerade reingetappt, sondern die suchen eine Heimat für die Familie. Und sie selber sind ja, also die meisten haben ja irgendwie Anhang, da sind es zwei Leute, drei, vier, fünf. Und in der Tat, jetzt als du es beschrieben hattest, ich hatte gerade Bilder im Kopf. Ich sitze hier in der Mitte, nein nicht in der Mitte, aber ich sitze hier ziemlich zentral in Budapest. Es gibt einen Grund, warum wir ein Haus haben, was mitten im Wald ist, weil ich genau das haben will. Und jetzt bietest du mir sowas, plus einen coolen Job bei einer attraktiven Firma, mit einem stabilen Drumherum. Du startest mit so einer Kampagne, bei mir im Kopf, gleich mit haben wollen, dann muss ich hin. Sehr elegant gemacht. Ja, und vielleicht nochmal einen Schritt vorher. Also vor dem Verkauf muss ich ja erst nochmal zartes Interesse finden. Also lass es mich so auf den Punkt bringen. Erstmal mit einem Beispiel und dann konkret nochmal zum Thema Recruiting. Keine alte Sau interessiert sich für Rosendünger. Noch nicht mal Rosenzüchter. Also ja klar, die brauchen irgendwann mal Rosendünger, aber es gibt keinen Rosenzüchter, egal ob private Rosenzüchter, Hobby oder Profi-Rosenzüchter, der morgens hektisch aufwacht und sagt, ich muss mir überlegen, was ich für einen Rosendünger brauche. Das passiert einfach nicht. Das heißt, wenn ich als Unternehmen etwas anbiete, was nun mal Rosendünger ist, mache ich mich lächerlich, wenn ich die ganze Zeit nur über Rosendünger rede, weil das niemand interessiert. Okay, also das heißt, ich muss mir überlegen, was interessiert die Leute. Und private Rosenzüchter interessiert, wie kriege ich den Garten geschützt vor Schädlingen, ohne die Kinder zu vergiften. Oder einfach nur ein Bild von der Rose der Woche. Und ein Profi-Rosenzüchter interessiert sich für andere Fragen, wie zum Beispiel, wie kann ich die Ausbeute pro Quadratmeter Gewächshaus optimieren? Oder wie kann ich die Farbechtheit von Rosen schon bei der Ansaat feststellen? Also wir sehen hier, es gibt einfach bestehendes Interesse und es ist viel einfacher, jemandes bestehendes Interesse zu finden, als es zu versuchen zu wecken. Weil auf der anderen Seite Interesse schläft nicht. Also das heißt, wenn ich jetzt Menschen in meine Gegend bringen will, muss ich mir überlegen, wofür interessieren die sich? Also beispielsweise jetzt immer ganz platt, Leben auf dem Land, was muss ich als Stadtmensch beachten, oder? Oh ja. Ich will aufs Land, meine Frau nicht, wie soll das gehen? Ja, also das heißt, ich muss mir so ein paar Themen überlegen, womit ich Leute, die sich gerade tatsächlich mit so einem Thema beschäftigen, wie ich die kriege, weil sie gerade darüber nachdenken. Und es ist ja nicht verboten, als mittelständisches Maschinenbauunternehmen einen Artikel zu schreiben über, wie ist das Leben auf dem Land bei uns. Ist ja nicht verboten, ja? Ich muss ja nicht die ganze Zeit über mein Blech und meine Schrauben reden. Ich kann ja auch mal über Dinge reden, die die Zielgruppe, die ich ansprechen will, tatsächlich interessiert. Und das ist lange vor dem Verkauf, das ist lange bevor ich sage, ich habe hier einen Job für dich. Es ist ganz am Anfang, wenn das Interesse noch ein zartes Pflänzchen ist. Also als erstes rausfinden, was ist das? Also erst mal rausfinden, die wirklichen Hausaufgaben, was ist das denn, mit dem wir reden wollen? Also viele sagen, nee, im Recruiting-Urlauf, das ist total einfach, wir wollen Ingenieure haben. Wo ich dann denke, nein, wollt ihr nicht? Was ist das? Also mindestens mal die Disziplin muss ja kommen, so. Und dann kommt ja ganz schnell, ja, nee, also der muss ja auch noch x Erfahrungen haben und das können und das schon mal gesehen haben. Okay, so, jetzt sind wir mal ein bisschen eingenischt, so, das ist der erste Teil. Dann ist die Überlegung, was ist das, was der haben wollen will? Nein, wir sind Mittelständler, wir können nur Mittelstand bezahlen. Falsch, das ist die Abkürzung aus der Diskussion raus, also geh mit dir in die Diskussion, so wie Stefan gerade vorgelegt hat. Was ist denn das, was ihr bieten könnt? Was ist denn das, was der Kunde haben wollen will? Und gerade jetzt, hör mal, die Leute sind mobiler denn je zuvor. Also selbst Deutschland hat ja gemerkt, dass man nicht im Büro sein muss, also nicht die ganze Zeit, sondern dass man da so ein bisschen, und das kann ja gerade den KMUs, die nicht in der Zentrale sitzen, absolut entgegenkommen. So, und jetzt, okay, jetzt, wenn wir die Rampe schon mal haben, und es geht hier nicht um den Ingenieur, und es geht hier auch nicht darum, in den Schwarzwald zu ziehen, sondern es geht jetzt um das Prinzip, worüber wir sprechen. Was sind denn jetzt aus deiner Sicht wirksame und, ja, bleiben wir erstmal bei dem Begriff, wirksame Bausteine in einer modernen Marketingstrategie, ich habe nicht Content Marketing gesagt, in einer modernen Marketingstrategie, die aus deiner Sicht elegant und gut funktionieren? Also, vier Blöcke plus einen. Der erste Block ist, ich brauche Inhalte, die interessant sind für meine Zielgruppe. Also natürlich muss ich vorher wissen, wer ist meine Zielgruppe. Ingenieure finde ich jetzt nicht so spannend. Vielleicht Ingenieure, die sich weiterentwickeln wollen, oder Ingenieure, die momentan keine Führungsfunktionen haben, aber in den nächsten fünf Jahren eine übernehmen wollen, oder vielleicht Ingenieure, die gerade eben geheiratet haben und Kinder sind unterwegs, und sich deswegen Gedanken drüber machen, wo sie die nächsten 20 Jahre wohnen wollen. Ja, das wäre für mich eine akzeptable Einschränkung. Viele denken jetzt, ja, aber wenn ich meine Zielgruppe einschränke, dann kriege ich ja noch weniger Bewerbungen. Nee, falsch. Ich kriege da möglicherweise die richtigen. Also ich habe immer so ein Bild, das viele nicht mögen, aber ich mag es. Was ist ein Beuteschema beim Löwen? Der Löwe jagt ja keine Erdhörnchen, der Löwe jagt keine Elefanten. Der holt sich wieder Zellen. Die anderen, weil es sich nicht lohnt, die anderen, weil sie zu spät umfallen. Sondern der jagt zum Beispiel Zebras. Was wäre denn jetzt, wenn ein Löwe sagen würde, ich spezialisiere mich auf Zebras mit sehr stark verkürzten Beinen und Hüftdysplasie? Dann könnte es sein, dass ihm die plötzlich überhaupt erst auffallen. Also dass er nicht mehr wahllos jedem Zebra hinterher rennt, sondern nur den Zebras, die eben zu ihm jetzt gerade passen. Und das ist der Gedanke. Wenn ich mich konzentriere auf eine klar definierte Persona oder Zielgruppe, dann steigt die Chance, dass die mich auch finden. Also Vorsicht, eine Einschränkung der Zielgruppe führt nicht dazu, dass weniger Leute sich bewerben, sondern wahrscheinlich mehr. Also Punkt Nummer eins. Ich brauche eine klare Botschaft. Was interessiert meine Zielgruppe? Und darüber spreche ich, auch wenn es nichts mit dem Job, meinem Angebot oder sonst was zu tun hat. Stufe eins. Kriege ich denn die her? Also ich kann mich ja jetzt nicht hinsetzen und sagen, ach, die wollen bestimmt. Und dann komme ich so mit drei Sachen. Na gut, also denken hilft. Das ist schon mal eine Grundannahme. Also erst mal denken hilft schon mal wirklich. So, und wenn man sich dann in jemand hineindenkt, kann das schon gut sein. Die zweitbessere Alternative ist tatsächlich mal sprechen. Also erst denken, dann sprechen. Und mal überlegen, habe ich denn vielleicht so einen Mitarbeiter schon? Habe ich denn schon so einen idealtypischen Mitarbeiter, der gerade eben vielleicht Kinder in die Welt gesetzt hat? Also den kann ich ja mal fragen. Da setze ich mal einen Termin mit dem, mit Marketing und vielleicht HR, damit er keine Angst kriegt. Und dann setzt man sich da hin und sagt, lass uns mal reden. Was ist denn für dich relevant? Was ist denn deine Lebensplanung? Wie denkst du über die Welt nach? Und so weiter. Und dann kann man ja mal rausfinden und den dann vielleicht als idealtypisches Beispiel nehmen und für den, gedacht wirklich für diese eine Person, daher Persona, den Content bauen. Und dann wird er auch passen für die anderen, die so ähnlich sind. Ja, macht eine Menge Sinn. Und ein Löwenbeispiel kann man ja auch in die andere Richtung ins Absurde steigern. Dann wird es, glaube ich, auch ganz klar, also noch viel klarer für viele Leute, die sagen, nein, wir Coaches machen das immer gerne. Für wen coachen? Du, für alle. Die ganze Welt. Alle. Und ein Löwe, der einfach jedem hinterher rennt, was potenziell aus Fleisch besteht und sich bewegen kann, naja, der wird wahrscheinlich an Erschöpfung sterben, weil einfach ganz viele von diesen kleinen Zeugs kriegt er nicht, weil die auf Bäume und in Löcher und so abhauen. Von dem Elefant kriegt er eine gescheuert. Und dann wird es irgendwann, also das hat ja schon einen Grund, warum die auf Zebras gehen, weil es aber die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass sie es hinkriegen. So, also, ja, 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 also wer zu weit, wer zu breit marketet, der verballert Geld und es gibt doch viele, die glauben, ja, aber so eine Firma wie Coca-Cola, die haben ja auch, also zum einen, die haben gigantische Marketing-Budgets, die bewerben doch auch alle, wo ich drauf gucke und sage, nee, tun sie nicht. Eine Coca-Cola-Zielgruppe scheint mir extrem klein zu sein, die die in der Werbung ansprechen. Das ist nicht, das sind nicht meine Eltern, das sind nicht mal du und ich. Also ich fühle mich von der Standard-Coca-Cola-Werbung nicht angesprochen. Aus verschiedenen Gründen. Also von daher, selbst die Großen, wenn ich so drauf gucke, würde ich sagen, selbst die haben ein ziemlich nischiges Angebot. Dieses Nike-Zeug, das ist eine ganz, 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 ganz spitze Zielgruppe. Rennt denn trotzdem auch meine Mama mal mit Nike-Tonsum rum? Ja, aus anderen Gründen. Also von daher 800% Zustimmung zu dem, was du gesagt hast. Jetzt hast du die Aufzählung angefangen. Mach mal weiter. Ja, also Blog Nummer eins ist geiler Content für die richtigen Interessen. Zweiter Schritt ist eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme im Tausch gegen noch mehr hochrelevanten Content. Also wenn ich jetzt so einen Artikel geschrieben habe über die Frage, wie ist denn das Leben auf dem Land, dann könnte man ja eine fünfseitige Checkliste anbieten. Welche Fragen muss ich mir beantworten, bevor ich sicher sein kann, dass ich aufs Land ziehen will? Und die biete ich zum Download an. Oder wenn ich das Thema habe, wie ich will aufs Land, meine Frau nicht, was kann man tun? Nochmal vielleicht ein E-Book zu bauen mit einer Herangehensweise, wie man als Paar eine Einigkeit findet, wo man die nächsten 20 Jahre verbringen will, beispielsweise. Und ich biete also diesen Zusatz-Content an im Tausch gegen eine Kontaktadresse. So, und wir alle haben jetzt schon schlechte Funnels erlebt, wo man in dem Moment, wo man die E-Mail-Adresse hinterlassen hat, zugeballert wird mit irgendeinem Blödsinn, mit irgendwelchen Angeboten. Und dann sind wir gleich bei Stufe drei, nämlich dem Filtern. Und da würde ich empfehlen, ein Funnel-Design zu machen, das klar abgestuft ist in drei Stufen. Stufe eins ist Content-Only. Keine Angebote, nicht auf den Sack gehen, easy bleiben, nur weiteren Content liefern. Also wenn der sich für X interessiert hat, gibt es nochmal X aus der Betrachtung von A und dann nochmal X von unten und dann nochmal X multipliziert mit X. Also es geht dann sozusagen darum, noch mehr Aspekte rund um X zu zeigen. Vielleicht drei, vier, fünf weitere Interaktionen, E-Mails, Botschaften, die nur Content beinhalten. Keine Aufforderung zur Tat. Nächste Stufe, Dialog. Ganz bewusst, um jetzt auch welche auszusortieren. Jetzt bieten wir einen Dialog an. Also das heißt, wir fragen was. Wir sagen, wie ist denn das bei dir? A, B oder C? Geschlossene Frage. Bringt mehr Antworten? Qualität der Antworten geringer. Oder offene Frage. Erzähl uns doch mal, was ist denn für dich in Bezug auf Leben auf dem Land wichtig? Wesentlich weniger Conversion, also weniger Leute beantworten offene Fragen, aber höhere Qualität der Inhalte. Dritte Stufe des Funnels wäre dann Closing. Egal was. Also zum Beispiel, jetzt haben wir so schön gelabert, jetzt hol dir doch mal einen Beratungstermin. Oder jetzt mach dir doch mal einen Termin mit unserem HR-Menschen, der hier vielleicht sogar schon mal dir einige interessante Informationen zu konkreten freien Häusern geben kann oder so. Also jetzt geht es wirklich darum, eine Entscheidung zu bewirken. Und viele zeigen ja den Funnel immer so mit einem auf der Spitze stehenden Dreieck. Weniger, weil es wirklich wie ein Trichter funktioniert. Weil wenn man da was oben reinfüllt, dann kommt ja alles unten raus. Sondern es ist halt ein Sieb eigentlich. Also stellen wir uns einen Trichter vor, der durchlöchert ist. Und wir füllen oben dauernd Wasser ein. Und das meiste geht verloren. Und einiges geht eben in die Flasche rein. Und so ähnlich funktioniert es hier. Es ist eigentlich ein Filter, eine Sortierung, eine Auslese. Und die wenigen, die dann auf den Knopf drücken und sagen, jawohl, jetzt hätte ich mal gern das Gespräch. Bei denen lohnt es sich dann auch, dieses Gespräch zu führen. Also das heißt, das Dritte, was wir tun müssen, ist, einen Filter bauen, der so angelegt ist, dass er zur Entscheidung passt. Einen Job zu wechseln, aufs Land zu ziehen, ist eine Entscheidung, die treffe ich nicht mal eben am Samstag Nachmittag. Da muss ich vielleicht den Funnel auch ein bisschen dehnen, zeitlich strecken. Das ist eine Entscheidung, die vielleicht ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate dauern wird. Mal eben ein E-Book zu kaufen, ist eine Sache, die kann ich mal so entscheiden. Da wird der Funnel ganz anders aufgebaut sein. Also der Funnel muss von seiner Struktur zur Schwere der Entscheidung passen. Aber vom Aufbau ist er immer gleich. Am Anfang nur Content, dann Dialog, dann eine Entscheidung. Jetzt überlege ich gerade, wir hatten gestern Abend im Leadership-Stars-Programm die Diskussion zum Thema Recruiting, weil das gerade das Thema ist. Das ist jetzt gerade seit, ich würde sagen, seit einem Jahr haben wir mindestens einmal im Monat eine Recruiting-Runde. Und jetzt hast du so mittendrin so gesagt, na ja, dann unterhalten wir uns mal. Jetzt überlege ich mir gerade, jetzt bin ich interessiert, als ingenieurfester Job keine Wechselabsichten an irgendeinem Unternehmen, irgendeine coole Firma, von der ich mal gehört habe. Und jetzt entertainen die mich auch, genauso wie du es beschrieben hast. Jetzt setzen sie mir diesen Floh ins Ohr. Hör mal, dein Landgut in Brandenburg mit dem Schloss drauf, was du schon die ganze Zeit haben wollen würdest. Und bis zum Horizont gehört alles dir. Hör mal, bei uns kannst du das machen. Wir arbeiten komplett remote. Wir machen Pöp, 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 Pöp. Geht. Jetzt setzen wir diesen Floh ins Ohr. Jetzt geben die mir noch ein bisschen mehr Inhalte. Ich bin bei meinem Arbeitgeber total glücklich. Ah, ha, 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 ha. Och, und dann kommt die Frau nach der Flasche Rotwein und sagt, du Schatz, sag mal, dieses Ding da mit dem Aussicht bis zum Horizont gehört alles uns. Können wir noch mal drüber reden? So, und jetzt kommt der erste Kontakt. Dieses institutionalisierte, was wir jetzt haben, ist der erste Kontakt, ist gleich hochoffiziell, Bewerbung, bla, bla, bla. Jetzt überlege ich gerade, man könnte sich ja vorstellen, der erste Kontakt ist überhaupt gar kein erster offizieller, richtiger Kontakt. Ruf doch einfach mal HR an. Wir unterhalten uns mal zehn Minuten, halbe Stunde, fertig. Dann muss HR das nicht diesen Recruiting-Agencies überlassen, die ja doch den Kontakt nicht halten. Sondern man hat mal mit der Firma gesprochen oder mit dem Chef oder irgendwie sowas. Wow, das Ding wird immer eleganter. Ich muss mal auf LinkedIn gucken, wer was anbietet. Ja, ha, ha. Wie würdest du denn so ein Recruiting ... Na, warte, ich bin noch nicht fertig. Das ist ja noch ein anderer wichtiger Punkt. Wir waren bei drei, du hast recht. Wenn man sich so ein Funnel anschaut und redet mal per Prozent, ja, 100 Prozent, die da oben reinkommen, fallen vielleicht zwei, drei, fünf, sieben Prozent unten raus, die die Hand heben und sagen, ja, ich will reden. Zwei, drei, fünf, sieben, zehn Prozent sagen, ihr geht mir auf die Nerven, ich melde mich ab. Bleiben 80 rum, die sagen, oh ja, interessant, aber nichts machen. Melden sich nicht ab, machen aber auch nichts. Das ist ja hochinteressantes, in Anführungsstrichen, Material für später mal. Also das sind ja nur Leute, die sozusagen sich vorstellen könnten, das zu brauchen, was da angeboten wird, zum Beispiel eine neue Stelle oder Leben auf dem Land und eine neue Stelle, aber jetzt im Moment nicht getriggert sind. Vielleicht in vier Wochen, vielleicht in zwei Monaten. Also das heißt, wer heute das Thema Recruiting Kampagnen gestützt macht, so nach dem Motto, jetzt brauche ich Leute, jetzt brauche ich Leute und dann morgen wieder nichts macht und dann wieder jetzt brauche ich Leute, macht doch einen Riesenfehler. Ja, absolut. Es macht doch Sinn, sich einen Pool aufzubauen von Leuten, die sich grundsätzlich vorstellen können, mit mir zusammenzuarbeiten, in meinem Unternehmen zu arbeiten, zu mir zu ziehen und in diesem Pool, der sich übrigens durch diese Content-Strategie immer weiter auffüllt, es werden immer mehr, die da hinten reinfallen mit der Zeit, dort dann mal zu sagen, so und jetzt haben wir einen konkreten Job oder jetzt ist vielleicht der Moment, um sich zu überlegen, mach deine Träume wahr. Und deswegen brauchen wir noch diesen vierten Block, wo wir mit diesem Pool an Leuten freundlich, inhaltsorientiert, nicht nervig, mit einer längeren Frequenz, vielleicht alle drei Wochen, alle vier Wochen nochmal was schicken und dafür sorgen, dass grundsätzlich mal die Beziehung erhalten bleibt, damit ich dann, wenn es wieder akut wird, in diesem Pott fischen kann und nicht immer wieder im großen Ozean. Und wer diese Vierer-Strategie verstanden hat, und die wirklich methodisch umsetzt und länger durchhält als mal zwei, drei Monate, sondern sagt, komm, das habe ich jetzt kapiert, das setzen wir jetzt um und machen daraus mal eine Strategie für zwei oder drei Jahre, weil es sich lohnt und weil es am Ende eben viel einfacher ist, der wird sehen, hey, das bringt ja tatsächlich die Ergebnisse, die ich brauche. Egal, ob im Produktverkauf oder im Recruiting oder in irgendeinem anderen marketinggestützten Feld. Wo kommt denn aus deiner Sicht der Content her für so eine Strategie? Also es gibt ja einen Job, ja, den nennt man Journalist. Der macht nichts anderes. Der überlegt sich, was habe ich für eine Zielgruppe hier in meinem, keine Ahnung, hinter Rieder-Tagblatt oder im Fokus oder in der Welt und überlegt sich dann, was wollen die denn lesen und wie baue ich den Content auf, damit die den lesen wollen. Das kann man lernen, das ist ein Lehrberuf, man kann das sogar studieren und es gibt genügend Leute da draußen am Markt, die sowas können. Wenn man so jemanden nicht zur Hand hat, holt man sich die eben fallweise rein oder beauftragt eine Agentur, um dieses ganze Projekt zu managen. Aber Content zu erstellen ist nichts, wo man dem Ingenieur sagt, schreib mal eben noch einen Artikel für Newsletter. Das geht immer in die Hose. Die können alles Mögliche, aber nicht gut schreiben. Macht das Sinn, den Ingenieur aus der Produktion zu interviewen? Also der Journalist holt sich den O-Ton von dem aus der Firma ab? So machen das Journalisten. Die holen sich Informationen, O-Töne von verschiedenen Leuten ab und machen daraus Artikel, die dann gerne gelesen werden. Genauso arbeiten die. Ich glaube auch, das denke ich auch, wenn so viele als Agentur kommen und sagen, wir machen euch den Content, runze ich immer so ein bisschen die Stirn. weil ich denke, also zum einen könnt ihr das gar nicht, es sei denn, ihr seid so generisch, dann wird der Content so generisch. Zum anderen aber auch, ich möchte ja, dass meine Firma gesehen wird. Also ich möchte ja schon, dass der, jetzt kommen die ganzen Leute, die bei mir im Laden arbeiten, dass die irgendwie eine Stimme kriegen. Und ich finde es eine elegante Idee, das über einen externen, also nicht extern, über einen Journalisten zu machen. Der kann ja auch intern sein, wenn die Firma bloß genug ist, stelle ich mir ein, zwei Writer ein. Deren Job ist jetzt auch nicht, weil die halt auch nicht in der Produktion sitzen, die dann da sitzen und so den Auftrag gegen diese Woche machen wir mal Produktion. Und der denkt so, scheiße, Produktion, ich habe Mathe abgewählt. Dass der rüberläuft und sagt, hier, pass auf, wir beide jetzt mal. Kaffee bringe ich mit und jetzt unterhalten wir uns mal und dann gibt es ein bisschen was im Video, sodass das aus der Firma rauskommt. Also das ist genau das wichtigste, häufigste und dümmste Missverständnis, bei dem wir mit unseren Kunden kämpfen müssen, die dann sagen, ja, ihr wisst ja gar nichts über unser Thema Gedöns und deswegen könnt ihr ja gar nicht über Gedöns schreiben. Aber ich sage dann immer, ja, Moment mal, es gibt doch auch Fachzeitschriften, die haben ja auch keine Ahnung davon und die schreiben trotzdem drüber, weil sie es einfach wollen und können. Die schreiben da drüber, Punkt. Und Leute lesen es. Und es geht nicht darum, jetzt eine Doktorarbeit zu schreiben und nochmal was Neues zu erfinden über das, was euer Thema ist, sondern es geht darum, ein Interesse von einer Zielgruppe aufzugreifen und die zu unterhalten und ihnen Informationen zu liefern, vielleicht sogar Nachrichten zu liefern. Aber in erster Linie geht es darum, zielgruppengerecht etwas zu formulieren. Und das ist der originäre Job von Redakteuren und Journalisten und den brauchen wir hier an der Stelle. Wir brauchen nicht den Ingenieur, der sagt, Moment mal, aber das ist ganz anders und dann was Kompliziertes macht, eine Facharbeit schreibt. Das braucht kein Mensch. Die mag zwar richtig sein, aber die liest keiner. Ja, ganz genau, ganz genau. Wo finden wir dich denn im Netz, wenn wir uns mit dir mal auseinandersetzen wollen? Also wer mich unter meinem Vornamen in Verbindung mit meinem Nachnamen nicht findet, den habe ich auch nicht als Kunden verdient. Ja, das ist jetzt ein bisschen, also jetzt muss man wissen, dass Stefan mit PH geschrieben wird. Richtig. Der F, Stefan, ist wer anders. Nicht verwirren lassen. Stefan Heinrich mit PH. Ja. Und dann vielleicht noch das Thema, das euch interessiert, Vertrieb oder Marketing. Ihr werdet fündig. Wer es jetzt auf die Schnelle haben will, Content Marketing Star ist meine Agentur und ansonsten bin ich unter meinem Namen unterwegs, wenn es um das Thema Vertrieb optimieren, digitalisieren geht und da in erster Linie um sogenannte erklärungsbedürftige Produkte. Cool. Und für alle anderen empfehle ich dringend, auf lehm-führen.de in den Artikel zu klicken. Ich habe das Buch verlinkt, Content Marketing, so finden die besten Kunden zu Ihnen. Super cooles Standardwerk. Auch jeder, der glaubt, wir machen das schon. Also jeder, der es nicht professionell macht, dem würde ich das Buch ans Herz legen, einmal durchlesen zu gucken oder zu verstehen, wie so ein paar Prinzipien funktionieren und dann Gas geben. Weil ernsthaft, wenn Sie es nicht tun, tun Sie Ihre Konkurrenz. Dann sind Sie halt weg. Eine der wichtigsten Tätigkeiten, das habe ich Ihnen in einer der letzten Podcast-Episoden schon beschrieben. Stefan, cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die Insights. Vielen, vielen Dank für die vier Punkte. Dann wünsche ich dir einen großartigen Rest vom Tag. Herzlichen Dank für die Zeit und dir auch einen schönen Tag und allen Zuhörern auch. Tschüss. Ciao. Soweit mein Gespräch mit Stefan Heinrich und alles, worüber wir gesprochen haben, die Links zum Buch und die Links zu seinen Webseiten und natürlich zu seinem LinkedIn-Profil etc. 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 finden Sie alles auf leben-führen.de schrägstrich Episode 360, weil das heute die 360. Episode war. Jawohl. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Tschüss. Ich bin Olof Kapinski. 오 Vielen Dank.